Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse Sie hier ganz herzlich im Format Gesundheit. Wir haben schon so viel gehört über eine gute Darmsonierung, wir haben schon so viel gehört, was Ballaststoffe seien und für was die Ballaststoffe gut sind. Aber die Frage stellt sich ja immer wieder, welche Ballaststoffe sollten wir nehmen, um von innen heraus eine gute Darmsonierung vorzunehmen? Welche Ballaststoffe sind es denn, die das Milieu innerhalb des Darms wieder verbessern? Das ist das Thema der heutigen Sendung und dazu begrüsse ich Sie ganz herzlich. Auf der anderen Seite habe ich einen Studiogast eingeladen, einer der sich mit biochemischen Zusammensetzung fantastisch auskennt, Sie kennen ihn bestimmt schon, er ist schon mehrfach hier gewesen und hat uns über den Darm Aufklärung gegeben, über die ganze pH-Strasse des Darms. Ganz herzlich willkommen, Wilfried Obel. Guten Tag, lieber Alexander. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Danke dir ebenfalls. Jetzt ist ein ganz schwieriges Thema. Welche Ballaststoffe sollten wir dann nehmen, um gewisse pH-Milieus innerhalb vom Magen-12-Fingerdarm hin zum Darm selber ins Lot zu bringen? Und ich weiss, das ist ja dein Kernfachgebiet und ich weiss auch nicht, wo du jetzt anfängst, ob man am Ende anfängt oder am Anfang der Kaskade. Darum würde ich dich gerne bitten, dass du einfach mal loslegst und ich frage, wenn ich Fragen habe. Gut. Ja, so können wir es machen. Das Thema Ballaststoffe ist inzwischen populär geworden, könnte man sagen. Schon seit einigen Jahren, es wird über Ballaststoffe gesprochen, man kennt schon seit vielleicht 20, 25 Jahren die Hinweise, wenn man besser auf die Toilette gehen möchte, soll man zum Beispiel Weizenkleie essen oder sonstige Ballaststoffe oder ballaststoffreich sich ernähren oder viel Vollkornprodukte essen. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz daran festmachen, dass ein Vollkornbrötchen oder ein Vollkornbrot zwar Ballaststoffe enthält, aber meistens sind das Dosierungen, das kann man dann eher als Alibi-Ballaststoff sehen. Also homeopatische Form. Ja, es ist viel zu wenig. Es ist allerdings dann aber auch meistens gut so, weil der normale Darm ist ja nicht gesund. Das ist eben das Problem, dass bei Nährungsempfehlungen grundsätzlich immer davon ausgegangen wird, wenn ich Vollkornprodukte esse, dann sind die gesund, aber die sind nur dann gesund, wenn der Darm gesund ist. Und wer hat heutzutage schon einen gesunden Darm? Das ist dann also schon wieder die andere Frage. Und insofern müsste man Ballaststoffe sorgfältig auswählen, um sie so gut für den Organismus verträglich zu machen, dass sie eben den Sinn erfüllen, der teilweise Darmreinigung oder der Zufuhr von Nahrungsmitteln für die guten Darmbakterien, also das sogenannte Präbiotische, oder auch die Unterstützung von Abbau und Bindefähigkeiten im Darm, um eben Schadstoffe schneller ausscheiden zu können. Ich habe jetzt drei Sachen gehört, oder sogar vier, und dieser Punkt Darmentzündungen. Wird das dann auch durch Ballaststoffzufuhr, eigentlich diese Entzündung, dieser Mangel wieder aufgehoben? Auch das. Da sollte man allerdings auf die sogenannten löslichen Ballaststoffe zurückgreifen, wie zum Beispiel Inulin oder Haferkleie. Die anderen Funktionen, die zum Teil besser für manche Bakterienstämme geeignet sind, die ihrerseits dann Heilungsstoffe für den Darm produzieren, wäre beispielsweise Dinkelkleie oder Hanfsamen. Das sind also auch noch zwei Ballaststoffe, die ich auch in einem Produkt einsetze, oder das Produkt einsetze mit diesen Ballaststoffen. Das Kolostabil erwähne ich gerade mal eben auch kurz, weil das eben diese sehr sorgfältige Kombination von Ballaststoffen enthält, um verschiedene Funktionsbereiche optimal zu bedienen. Also das gehen wir gleich noch darauf ein, aber kann ich kurz sagen, dass ist dieses Produkt dann so ein All-in-One? Könnte man sagen, ja. Dann ist es sehr sympathisch, weil alles anders wird immer so kompliziert, da muss man drei, vier, fünf Sachen nehmen und, 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 und so viel wissen. Da habe ich lieber den Fachmann dann und der sagt, wie es läuft. Also, da gibt es ein Produkt, was in der Inhaltszusammensetzung ja ganz viele Gründe hat. Ja. So, und das wäre spannend von dir zu hören, warum diese Zusammensetzung so ist, wie sie ist. Ja. Ich mache dann gerne mit den Ballaststoffen weiter, und zwar zunächst mal mit den unlöslichen Ballaststoffen. Ich weiss nicht, was ein unlöslicher Ballaststoff ist. Das ist ein Ballaststoff, der zum Beispiel dann auch in Wasser nicht gelöst wird und den die Bakterien normalerweise auch nicht verstoffwechseln können. Ah, Darm geht der an den Darm? Richtig. Der wird auch so ausgeschieden, normalerweise so ausgeschieden, wie er aufgenommen wird. Bakterien fressen es zwar, scheiden es aber wieder aus, unverdaut, oder wie? Ne, das fressen die Bakterien gar nicht. Gar nicht, okay. Das fressen die nicht. Und jetzt in diesem Kolostabil, da ist die Dinkelkleie drin. Die hat was ganz Besonderes gegenüber zum Beispiel der Weizenkleie. Da ist ein großer Unterschied. Sie hat quasi sowas wie ein Endoskelett in diesen Faserstoffen, könnte man sagen, was also wie eine Zahnbürste wirkt. Gleichzeitig ist der lösliche Ballaststoff Haferkleie drin enthalten. Und dieser lösliche Ballaststoff, der wird dann schon von Bakterien aufgenommen und verstoffwechselt. Und der wird durch die Bakterien umgewandelt in ein Heilmittel, könnte man sagen. Ein Heilmittel, was das Epithel des Darms, also die unterste Hautschicht unter der Schleimhaut, zur schnelleren Regeneration bringt. Und das ist eben der Aspekt, wo wir jetzt den Begriff Darmreinigung gut einbringen können. Nämlich eine richtig gute Darmreinigung, die findet von innen statt. Das, was man mit Einläufen machen kann, mit Kolohydrotherapie, das ist alles gut. Wenn man es richtig macht, bringt das auch einen positiven Effekt. Darf ich kurz einhauen? Ja. Da habe ich nämlich schon gehört, dass mit diesen Kolohydroreinigungen von hinten auch ganz, ganz viele gute Bakterien rausgeschwemmt werden. Die Kolohydrotherapie, wenn sie richtig eingesetzt wird, kann man als vorteilhafte Darmreinigung oder Darmspülung eher betrachten. Da nun die meisten Bakterien sich relativ fest mit der Darmschleimhaut verbinden, ist die Gefahr relativ gering, dass mit einer Darmspülung wirklich große Mengen von Bakterien mit hinausgespült werden. Also das zu vernachlässigen? Ja, vielleicht nicht ganz zu vernachlässigen. Bei einem empfindlichen Mikrobiom und bei einer geringen Einwohnerzahl von guten Darmbakterien könnte man vielleicht von Kolohydro absehen. Aber das wissen meistens die guten Kolohydrotherapeuten selbst, wann sie es eben einsetzen können oder wann sie es besser nicht machen. Das, was ich eben noch sagen möchte, die eigentliche Darmspülung ist nicht die Darmreinigung, die nun physiologisch das Optimum darstellt, sondern eine optimale Reinigung ist die, wenn eine Epithelzelle in der Darmwand, wenn die abschilfert und durch eine neue ersetzt wird. Diese alte Zelle nimmt dann natürlich den ganzen Dreck und den Schmutz, der auf ihr lagert, mit. Und insofern ist das die eigentliche Darmreinigung von innen. Und die wird sehr gefördert durch diese Kombination von Ballaststoffen in diesem Produkt. Das ist also in erster Linie die Kombination Dinkelkleie, Haferkleie und dann haben wir als Versorgung für einen ganz bestimmten Aminosäurebereich noch die Hanfsaat mit drin, wo auch sehr viele Hanfproteine enthalten sind, was wiederum eine gute Versorgung für Aminosäuren darstellt. Okay. Ja, ich studiere jetzt. Das ist ein ganz neuer Ansatz, weil ich habe das ganz anders verstanden früher, die Darmreinigung. Aber es ist eigentlich völlig logisch, was du sagst. Der Darm löst sich eigentlich die alten Partikel ab, das wird dann abgeführt. Genau. Gut. Und dann wird das auch mit dieser Weizenkleie, wird dann noch Gebürste quasi, wie die Zahnbürste, die durch den Darm dann, der Stuhlgang wird ja dann irgendwie aufgeweilen, nehme ich an. Ja, ja. Und es gibt einen kompakten Stuhlgang und dieses Rausgehen wird die ganzen Zotten überall Dreck mitreissen. Ist das so zu verstehen? Das könnte man so verstehen, aber wichtig ist, dass es keine Weizenkleie ist, sondern Dinkelkleie. Bei Dinkelkleie ist der Anteil an Gluten extrem gering. Also wir können jetzt nicht sagen, das ist glutenfrei, aber der Anteil an Gluten ist äußerst gering, extrem gering, wirklich nur Spuren, weil Dinkel grundsätzlich in dieser Form auch nicht die Gliadinfraktion hat. Und die Gliadinfraktion, das ist die eigentliche Eiweißfraktion im Gluten, die diesen starken Reiz im Darm bis hin zu Zöliakie verursachen kann. Und deswegen wurde keine Weizenkleie genommen, sondern die Dinkelkleie. Außerdem hat die Dinkelkleie noch eine Eigenschaft, die positiv genutzt wird, eine sogenannte ionische Bindung. Und die eignet sich sehr gut, um Schadstoffe im Darm zu binden und beschleunigt auszuscheiden. Ah, also Kolo, das Produkt tut auch noch Schwermetalle binden? Oder Leichmetalle? Schadstoffe. Schadstoffe? Schadstoffe, auch organische Schadstoffe. Also Zelltrümmer, Bakterien. Okay, also das ist eine Darmsonierung und eine Entgiftungskolostabil, beides? Ja, sicherlich. Ja, kann man mit einer entsprechenden Dosierung, wo kommt man das hin? Und auf der anderen Seite ist es ja auch noch das Futter für die guten Bakterienstämme. Richtig. Ja. Die sogenannte präbiotische Einheit, die dort drin enthalten ist, das ist dann ein optimales Bakterium. Also wenn man jetzt auf der anderen Seite sagt, ich stelle meine Ernährung jetzt mal um in einer gewissen Zeit, ich esse jetzt nur Gemüse. Ja. Fettreich, aber Gemüse- und Proteinreich, möglichst wenig Kohlenhydrat, wenig Zucker. Dann wird sich das Milieu in meinem Darm wieder ein bisschen zugunsten der ballaststoffreichen, guten Bakterien vermehren. Und die zuckerliebenden Junkies, die werden sich ein bisschen reduzieren. Und dann habe ich ein besseres Milieu im Körper. Ja. Die guten Bakterien werden gefüttert durch diese Belaststoffe, können eine grosse Familie gründen, oder? Richtig, ja. Was ja letztendlich wieder für den ganzen Darm gut ist. Also dann frage ich mich, ist das etwas, was man einmal oder zweimal im Jahr nimmt, oder könnte man das eigentlich ein ganzes Leben lang immer wieder jeden Morgen zu sich nehmen? Mhm. Feststellung eins von dir eben, das mit dem Milieu, da möchte ich noch was kurz sagen, diese Präbiotika, die also hilft, dass das Probiotische im Darm, das Mikrobiom, die guten Darmbakterien, sich vermehren. Das ist insofern wichtig und der eigentliche Aspekt zur Milieuverbesserung, weil nämlich die Laktobakterien anfangen, sich stärker zu vermehren. Und die Laktobakterien, die produzieren Milchsäure. Darauf gehe ich aber in einem anderen Beitrag noch mal näher ein. Ich möchte es jetzt einfach nur so dahin stellen, dass also die verstärkte Produktion von Milchsäure eigentlich der Punkt ist, der das Milieu im Dickdarm wieder in den leicht sauren Bereich hineinbringen kann, was dann das gesunde Milieu des Dickdarms darstellt. Was die Anwendung anbelangt, die du jetzt erfragt hast, man kann es natürlich kurmäßig machen, indem man so ähnlich wie eine Frühjahrskur oder eine Winterkur oder meinetwegen auch eine Sommer- oder eine Urlaubskur, dass man dann das kolostabil verstärkt in einer hohen Dosierung zur Darmreinigung, zum Darmaufbau und mit einem Schub an Zufuhr von Präbiotika eben die Darmbakterien unterstützt. Es geht aber auch sehr gut als dauerhafte Ergänzung, weil auch viele andere wertvolle Stoffe dort drin enthalten sind, unter anderem auch viele wichtige Kräuter und Samen, die auch den oberen Verdauungstrakt wirkungsvoll unterstützen. Ich empfehle eine dauerhafte Ergänzung und zwischendurch mal eine Verstärkung, um eben diesen Darmreinigungseffekt nochmal deutlicher zu erreichen. Also wir haben es ja getestet natürlich und wir hatten da spezielle Erfahrungen damit gemacht. Einerseits war es am Anfang vom Geschmack her sehr gewohnheitsbedürftig, wobei es mir klar war, warum. Weil es haben ja die falschen Bakterien gefressen zuerst. Ich hatte überwiegend natürlich Zucker-Junkies-Bakterien, die plötzlich Ballaststoffe kriegen. Die haben das natürlich nicht so geliebt, aber nach ein, zwei Wochen war es total gut, erträglich. Und jetzt weiss ich zum Beispiel bei meiner Frau, die ist total süchtig. Also die braucht das am Morgen, damit es wirklich ihr Tag anfangen kann. Und jedes Mal bei mir, ich liebe es irgendwie auch. Ich bin nur manchmal zu faul, es zu machen. Aber wenn ich es mache, eine halbe Stunde später hast du einen Stuhlgang, der Darm ist leer, ich habe einen flachen Bauch, ich fühle mich den ganzen Tag wohl. Das ist ja toll. Prima, ja. Also sind wir jetzt da Exoten oder ist das Standard? Nein, das ist schon der beobachtete Effekt. Also diese Einstellungs- oder diese Umstellungszeit, die braucht man, das ist richtig. Also nichts macht dem Körper auch mehr zu schaffen, als das Verlassen einer gewohnten Umgebung. Also ich meine, eine Milieuverbesserung bedeutet jetzt nicht erst mal, dass das ab dem Moment, wo man die Milieuverbesserung durchhört, dass es einem dann auch besser geht. Sondern der Organismus muss sich langsam an diese Umstellung natürlich gewöhnen. Und das bringt dann mitunter auch, ich nenne es jetzt mal therapeutische Reaktionen mit sich, die sich aber in Grenzen halten und zum Teil auch zeigen, dass der Körper noch in der Lage ist zu reagieren. Also das ist auch wichtig, dass man sich nicht in einer Regulationsstarre befindet und dass der Körper oder insbesondere der Darm dann auch diese Möglichkeit annimmt. Ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit einer Virologin und die hat mir zum Beispiel auch mal noch erklärt, dass eben sämtliche Krankheiten eines Menschen immer wieder aus dem Darm entsteht, weil das Immunsystem letztendlich auch im Darm ist. Und wenn sich da eine Verschiebung gibt, gibt es natürlich Reaktionen. Daher ist der gesunde Darm entscheidend. Und jetzt darf ich die Frage, wenn ich natürlich dieses Produkt jetzt zu mir nehme, du hast gesagt, die Darmschleimhaut, das ist zum Beispiel ein Liquidat, ein löcheriger Darm, kann ich, wenn die Ernährung sich geändert hat, eine gute Ernährung, würde sich die Liquidat auch mit diesem Produkt laufen, wieder verbessern und die sich diese, du hast das mal so schön erklärt, diese Türen wieder besser zugehen. Ich kann jetzt nicht sagen, Kulostabil heilt Liquidat. Das wäre falsch, weil auch Liquidat viel zu komplex ist. Man kann auch Liquidat im Grunde genommen in zwei Bereiche unterteilen. Das Liquidat der aufeinanderklaffenden Tight Junctions, das sind die Verbindungs- oder die Kittstellen zwischen den einzelnen Epithelzellen des Darms. Das wäre jetzt ein Liquidat mit relativ kleinen Öffnungen, weil das eben nur diese Spalte sind, die sich öffnen. Dann wird aber auch beobachtet, dass aufgrund von Zerstörung von Epithelzellen im Darm, beispielsweise durch Clostridien oder Schigellen, das sind böshafte Bakteriengruppen, die dringen in das Epithel ein, also in die Epithelzelle ein, zerstören sie von innen und dann geht diese Epithelzelle kaputt. Und die schilfert weg und die neue, die steht noch nicht dahinter, um dann praktisch dieses Loch, was die Epithelzelle hinterlassen hat, abzudichten. Das ist so wie ein Schindeldach, wo dann eine Schindel rausfällt. Da ist ein Loch, dann hat man Glück, da ist halt ein bisschen Teerpappe drunter. Beim Darm ist da allerdings, wenn die Epithelzelle weg ist, ist nichts mehr. Und das ist das Problem. Dann habe ich aber ein größeres Loch. Das heißt, gegenüber den Tight Junctions ist so eine komplette Epithelzelle, die rausfällt, das ist wie ein Scheunentor. Da gehen dann nicht nur Nahrungseiweise hindurch, die das Immunsystem stören und dann natürlich zu allergischen Reaktionen oder zu Fehlstören des Immunsystems führen können, sondern da passen sogar komplette große Bakterien durch. Und das gibt dann schon ein noch schwierigeres Krankheitsbild möglicherweise und auch eine höhere bakteriologische Belastung des gesamten Organismus. Oh, also das lässt sich jetzt nicht so einfach beheben, diese Situation. Jetzt bin ich von der Kernfrage abgekommen. Ja, dann wenn da so ein großes Loch da besteht, wie kriegt man das wieder dazu? Ja, also Ligigatt hatte ich jetzt diese beiden Bereiche kurz erklären wollen. Was im Kolostabil hilft, das ist die enthaltene Aminosäure L-Glutamin, die wirklich wichtig ist, um eine schnellere Regeneration dieser Epithelzellen zu fördern und zu ermöglichen. Und außerdem auch die Präbiotik, die es ermöglicht, dass die Bakterienstämme, die Butyrate, Buttersäuren produzieren, auch unterstützt werden. Und Butyrate, die Buttersäure, ist der Hauptenergie-Lieferant für die Epithelzelle des Darms. Okay, also okay, ich habe natürlich nichts verstanden, die letzten zwei Sätze, aber das ist nicht so wichtig, weil wir haben da Zuschauerinnen und Zuschauer draussen, die sind sehr, sehr schlau, viel mehr als ich, ich muss nicht immer alles verstehen. Aber was mich noch interessiert, diese Darmreinigung von innen heraus bewirkt ja auch eine Veränderung des pH-Milieus, und zwar auch im vorderen Extrakt schon. Du hast dazu extra eine Liste mitgebracht, die ich dann auch sehr gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt einblenden möchte. Ja, das ist die pH-Straße des Verdauungstraktes. Da sieht man sehr schön, wie auf dem oberen Teil des Darmrohres zu sehen ist, wie die pH-Werte sein sollen. Und wie es beispielsweise bei einer Milieuverschiebung hier unten dann wirklich aussieht. Und oben sind die Werte als Referenzwerte eingeblendet oder reingeschrieben und alle weiß. So soll es ungefähr sein. Und unten sehen Sie, oder ja, Sie, siehst du, sehen Sie. Ja, herzlichen. Sieht man die verschiedenen Farben, gelb, orange oder auch dunkelorange. Das bedeutet, da liegen die Werte deutlich daneben. Und gerade bei dem Bild hier hat man eine pH-Straße, wo sich das Milieu praktisch umkehrt. Anstatt, dass ich im Zwölffingerdarm basisch und im Enddarm sauer habe, ist es hier so, da ist der Zwölffingerdarm sauer und der Enddarm ist basisch. Und das ist natürlich eine ziemliche Katastrophe, weil da können sich die Bakterien noch gar nicht so ansiedeln, wie sie sich ansiedeln sollen. Wen betrifft das? Das betrifft das Mikrobiom. Ja, betrifft das von den Zuschauerinnen und Zuschauern? Also, was meinst du? Ist das heutzutage fast Standard oder eher die Ausnahme? Es ist sicherlich die Mehrheit. Es ist sicherlich die Mehrheit. Das ist unsere Ernährungskoste, die wir in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren genossen haben. Auch. Stress. Es kommt Stress hinzu, es kommt die Eiweißmast hinzu, dass die Menschen zu viel Eiweiße essen, bei einer gleichzeitigen Eiweißverdauungsstörung. Und da habe ich ja auch schon darauf hingewiesen, wie fatal sich das im Verdauungstrakt bemerkbar macht. Bis hin zur Bildung von Ammoniak und Formaldehyd, Stickstoffzerfallsgifte. Und was man machen kann, um zum Beispiel im oberen Verdauungstrakt dieses saure Milieu zu verbessern, das ist folgendes. Hier sind eingetragen die sogenannten Brunnerdrüsen und die libekönischen Zellen. Das sind Drüsen- und Zellenverbände, die sind in der Lage, in den Darm basisches Natriumbicarbonat einzuspritzen. Also eigentlich ist es ein Kontrollmechanismus, um im Zwölffingerdarm überhaupt immer das pH-Milieu so herzustellen, dass zum Beispiel auch Trypsin aktiviert werden kann, das wichtigste Enzym, um Eiweiße zu verdauen. Das machen die Brunnerdrüsen und auch die Pankreas und auch die Gallensäfte aus der Leber. Dort sind aber die Brunnerdrüsen ganz wichtig daran beteiligt. Und zur Nachalkalisierung, das heißt, wenn es im Zwölffingerdarm noch nicht so richtig klappt, wird versucht, das im Dünndarm, im Ionum, im oberen Teil des Dünndarms nochmal nachzukorrigieren. Und das machen die libekönischen Zellen. Und diese beiden Zellgruppen, die lassen sich wunderbar ansprechen durch Bitterstoffe. Bitterstoffe, durch spezielle Thujone, die in Bitterstoffen enthalten sind. Und das wiederum ist auch ein Bestandteil von dem Kolostaviren. Darum war es uns am Anfang so ein bisschen fremd, dieser Geschmack. Das hat dann wirklich den Grund, dass man im vorderen Bereich schon intervenieren muss, für eine gute Darmsanierung von innen her zu bewirken. Zu nennen wäre dort Bertram, der gelbe Enzian, dann haben wir Artischocke drin. Und diese Bitterstoffe enthalten also zum Teil Wirkstoffe, die diese Drüsen aktivieren. Das heißt, die können dann basisches Bikarbonat, Natriumbikarbonat, in den Darm einspritzen und machen dann aus Sauer mal wenigstens neutral und vielleicht ein bisschen basisch. Und auf diese Art und Weise verändert sich das Milieu so, dass dort eben die Ansiedlung sich langsam korrigiert. Das erreicht man mit Kolostabil, aber da muss man dann schon auch ein bisschen Geduld haben, wenn es stark daneben liegt. Das heisst, ein halbes Jahr ist eigentlich keine Zeit. Ah, eben länger. Das kann länger dauern, aber die meisten Därme hatten ja nun auch zig Jahre Zeit gehabt, um eben erst mal da hineinzurutschen in dieses schlechte Milieu, in dem sie sich jetzt befinden. Also ein unglaublicher Ernährungsexperte, den ich kenne aus Europa, unglaublich bekannt für mich zumindest, der ist dann bewegend, der hat mir gesagt, ich soll das einfach einmal am Tag nehmen, morgens, in einem Wasser auflösen, Schüttelbecher und trinken, vielleicht noch ein bisschen Öl rein, MZT-Öl hat er erwähnt, ein bisschen Vitalbase hatte mir noch reingetan, also eine kleine Base, geschüttelt und getrunken. Würdest du das auch so empfehlen oder wie nimmst du das ein? Also so nehme ich es auch ein, wenn es schnell gehen soll. Manchmal baue ich es mir auch in mein Frühstück rein. Ins Müsli oder so? Nein, Müsli esse ich nicht. Also das Frühstück morgens ist meistens etwas Zubereitetes, das ist etwas Außergewöhnlich und soll auch nicht als Standard Ernährungsempfehlung für alle gelten. Aber ich zum Beispiel komme wunderbar morgens zurecht mit Wok-Gemüse. Toll, lecker. Ich gerade mir also morgens um neun oder um halb zehn frühstücke ich, da wird Wok-Gemüse gegessen. Ich gehe jetzt davon aus, du stehst auch früher rauf, um neun oder um sechs Uhr sitze ich ja schon im Büro und biete von sechs bis halb acht kostenlos eine Telefonsprechstunde an für Interessenten ohne Termin. Die können einfach anrufen. Aha, super. Okay, also ich habe es schon ein einziges Mal nicht sofort getrunken, sondern eine halbe Stunde stehen gelassen und nachher war diese Flüssige natürlich nicht mehr flüssig, sondern es war kompakt. Ja, es quillt auf. Genau, und dann ging es nicht mehr. Allerdings verstehe ich jetzt auch, was passiert. Wenn ich das nämlich vorher trinke und es kommt in den Darm und es quillt auf, ist ja auch klar, warum es denn sofort der Stuhlgang kommt. Ja, Volumen für Größe. Genau. Und dann ist wirklich leer. Der ganze Mist ist draussen vom Vortag und es ist einfach ein gutes Gefühl. Ja, ich mische es gerne in frischgepresste Gemüsesäfte. Ach, auch Gemüsesäfte. Gemüsesäfte, ganz wunderbar. Das ist mein Frühstück. Also das ist das Erste, was ich morgens... Und vielleicht noch so ein Trick für Kinder, damit sie es auch runterkriegen am Anfang. Ja, in Milchreis, wobei der Milchreis dann mit Hafermilch, nicht mit Kuhmilch, sondern mit Hafermilch zubereitet werden sollte. Okay. Und dann kann man gerne ein bisschen Zimt oder ein bisschen Xylit reintun. Also in Süsspeisen geht es auch wunderbar. Oder über das Müsli streuen oder über einen Salat. Ach, auch? Ja, über den Salat? Ja, ja. Ah, super. Das geht prima. Der Geschmackliche ist aber da nichts mehr gross, oder? Mit gutem Salatsoße und Öl und so weiter. Oder in Suppen. Ja. Aber nicht mitkochen. Aber über eine Suppe gar kein Problem, weil es hat einen ähnlichen Touch wie fast die Gemüsebrühe selbst, mit der man beispielsweise eine Suppe zubereitet. Super. Wilfried, es war wieder mal eine ganz grosse Freude, über dieses Thema zu reden. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden wir jetzt gleich noch einblenden, wie dieses Produkt heisst, nur dass Sie es mal gesehen haben, wie das aussieht und wie das nochmals heisst und warum da diese Inhaltsstoffe alle drin sind. Das hat alles seine Gründe. Ich hoffe für Sie, dass Sie einen guten und gesunden Darm haben und der auch so bleibt. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie dabei sind und auf QS24 immer wieder mal reinschauen. In diesem Sinne, alles Gute und auf Wiedersehen. Danke, Herr Kollege. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020